Wir sind der Staudenring. Gerne würden wir uns kurz vorstellen. Aus der Region, für die Region. So lautet das Motto des Staudenrings. Aber was genau heißt das eigentlich? Der Staudenring besteht aus acht Staudengärtnereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gebündelt ergeben wir ein Leistungspaket für den gärtnerischen Fachhandel, den Garten- und Landschaftsbau und für unsere Kommunen. Jedes Jahr produzieren wir über 13 Millionen Stauden mit ökologischer Verantwortung. Aus der Region, für die Region. Die Regionalität sorgt für flexible Lieferketten und klimatisch angepasste Qualitäten. Wir nutzen für unsere Produktion eine Fläche von 53 Hektar, um unsere Stauden in feinster Qualität heranwachsen zu lassen. Hi, ich bin Jolas. Ich bin seit neun Jahren Gärtner und wir sind hier in der Versandhalle. Und ich bringe diese Palette der Pflanzen jetzt zur Endkontrolle. Da muss ich jetzt auch hin. Im Angebot für Sie haben wir über 3000 Sorten und Arten an Stauden. Ideal für jede Gartensituation und die unterschiedlichsten klimatischen Verhältnisse. Nachhaltigkeit ist für uns von zentraler Bedeutung. Deswegen hat der Staudenring die Initiative jedes Jahr grüner ins Leben gerufen. Für uns heißt das eine stetige Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit. Zum Beispiel sammeln wir Regenwasser und setzen Photovoltaik ein. Weiterhin recyceln wir Trays und Setzlingstöpfe, engagieren uns sozial und verwenden Elektroautos für den internen Transport. Das Wichtigste für uns ist jedoch der Mensch. Was wären wir ohne unsere über 240 Mitarbeiter, hochqualifizierte Fachkräfte, die den Staudenring jeden Tag über sich selbst hinauswachsen lassen? Grüezi, ich bin Krim. Ich bin jetzt auslährende Staudengärtnerin im zweiten Lehrjahr. Ihr erwischt mich hier gerade bei den Stecklingen. Ich mag diese Arbeit, weil sie sehr abwechslungsreich ist und die Arbeit draußen. Und unter anderem auch die Arbeit mit den tollen Kollegen, wie zum Beispiel Selina. Und jetzt ab mit euch zurück in die Sonne. Nachhaltigkeit heißt auch in die Zukunft investieren. Deswegen bilden wir jedes Jahr Lehrlinge aus. Gerne beraten wir sie digital, am Telefon oder persönlich in einer unserer Partnerbetriebe. Staudenring. Denn Stauden machen mehr draus.